Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Pap von Happy Wheels. Ja, heute sind Level 7 und 9 dran. 7 bis 9 besser gesagt. Das 8. Level soll nicht vergessen werden, nur weil ich es vorher nicht erwähnt habe. Stopp. Okay. Stopp. Hier bleibe ich. Die Roten verschwinden. Nein, 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 nein. Ach, Menno, fängt ja schon wieder gut an. Fängt ja wieder gut an. So, hüpf und stopp. So, springen, springen und springen und warten. So. Und warten. Sieht doch gut aus. Ja. Einfach warten. So. Ach, doch liebes bisschen. Nö, 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 nö. Boah. Das war knapp. Oh, nö. Victory. Wow. Minen. Einfach an den Minen vorbeispringen. Oh, ihr seht echt sozial aus. Total sozial. So. Ach, war auch gar nicht so schwer. Wer? Nein. Easy going. Das habe ich jetzt verkackt. Und los geht's. Ach, so schwer war das doch gar nicht. Ja, guuut. Das war echt Sozialspiel. Oh, der hat sich einfach schon wieder mit dem Fuß abgebrochen. Aber es ist mit seinem Fuß los. Einfach durchfahren. Au. Und los geht's. Ja, es sagt besser, nächstes Mal. Dann explodiert alles. Aber mein Helm ist... ...wieder da. Oh. Ich sehe schon, kommt 10 Minuten nur für dieses Level hier. Ja, komm schon. Konzentration. Du hast das. Du hast das. Nicht. Ach, so schwer ist das aber doch gar nicht. Komm schon. Spiel den Victory. Okay, das sieht schon mal gut aus. So, jetzt warte ich erst mal. So. Ach, geht doch. Gut, 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 gut. Nein, ich fahre wieder. Warum passiert das immer nur mir? Ja. Und spring. Hallo, ich habe keinen Bock auf euch. Ich fette es einfach mal hier so durch. Ja, tschüss. Bye. Hallo. Bye. Tschüss. Tschüss. Oh, das war ja klar. Ich kriege noch eine zweite Chance. Ich kriege noch eine zweite Chance. Ha, 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 ha. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ach, nö. Ach, Menno. Oh, das hat sich ja weh get... getan. Jetzt spielte gar nichts mehr. Ich glaube, das Level und ich... Ich glaube, das Level... Ich kann nicht mehr sprechen, ich kann kein Deutsch mehr. Gott, oh Gott. Ich glaube, wir beiden werden keine Freunde mehr. Stimmts Level. Ich glaube, wir werden keine Freunde mehr. Wunderbar. So, und jetzt mal ganz ruhig, ganz ruhig. Ach. Ach. Oh, victory. Victory. Ach, nö. Oh, schön. Oh, endlich. Your best time. Oh, danke. Okay, letztes Level für heute und ich hoffe, dass ich nicht schon wieder ganz zur Zeit hier an ein Level festsetze. Festsetze. Festsetze, festsetze. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Wovon hast du dir wieder den Fuß abgebrochen? Oh, das war knapp. Ich sage jetzt gar nichts mehr. Kann ich hier noch runter... Das war... Skill, oder besser gesagt... War das Sheet? War das Sheet? Das war einfach nur ein Fehler vom Spiel. Total, ein Fehler vom Spiel. New. Au. Die Shooter werden straft. Bing. Und runter. Oh, und diesmal nichts gebrochen. So früh gefreut. Einfach mal so ein Bein abgebrochen. Sieht ja lecker aus. Mein Gott, du blutest nicht mehr. Müsstest du da nicht schon längst tot sein, wenn du am Verbluten bist? Und nicht mehr blutest? Bing, 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 bing. Au. Klötsch überall an, ist mir doch flat in die Hose, oh nö, ich erinnere mich an diese Stelle, die Stelle ist scheiße, die Stelle ist scheiße, was hat dir bitteschön eigentlich wehgetan, ach, so schön war das gar nicht, ist hier das Victory, ist hier der Victory, ja, 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 oh, thank you bro, und an dieser Stelle, danke schön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal bei Happy Meals, fröhliche Rede.